Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Stappenbach. So, wir machen hier weiter. Die erste Runde hatten wir ja fertig hier. Jetzt gehts in die zweite, schalten wir mal in den Stuhl. Dann können wir uns so sehen, dass alles passt. Jawohl, das sieht wieder aus. Ich hoffe, das passt dann alles so, wie ich es brauche. Oh, wir wissen ja alle, was eine passende macht. Was ist hier? Jetzt brauchen wir hier. Zack, ausheben. So, Behörden, die der Tage anzurufen, ist eine Kunst für sich. Versuchst du schon seit über einer Woche an der Führerscheinstelle anzurufen. Aber, kriegst du keinen ran und wenn du mal denkst, kriegst du einen ran bis besetzt. Besetzt oder geht keiner ins Telefon. Und das schon seit über einer Woche. Weil ich bloß eine Auskunft haben will, weil von mir auf Arbeit und alle halben Jahre der Führerschein regelt mich kontinuiert auf dem Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis hin. Und da haben wir jetzt festgestellt, man unterhält sich ja mit den Kollegen, dass es Führerscheine gibt mit Ablaufdatum. Und da habe ich jetzt einen Artikel irgendwo gelesen, aber so richtig schlau aus dem Artikel bin ich auch nicht geworden, dass alle Führerscheine, die vor 2013 ausgestellt wurden, umgetauscht werden müssen in die Führerscheine mit Ablaufdatum. Und das ist so bis 2013 oder 1336 sollte das und damit der Ansturm nicht so extrem ist, ist das eben gestaffelt. Erst die Leute mit dem Führerschein aus, wenn es mal DDR-Zeiten. Dann die Leute mit dem Führerschein, zwar schon nach der Wende, aber noch mit dem Papierring. Und dann halt die Leute, die Führerschein haben mit schon den EU-Führerschein, aber noch nicht mit dem Laufdatum. Darunter fall ich ja. Ich habe zwar den EU-Führerschein, aber bei mir steht noch kein Datum drauf. Und wo ich denn da so gelesen habe, nach 2036 sollte er empfindliche Geldstrafen haken und da habe ich ja keinen Bock. Also da ich ja schon berufsbedingt viel mit dem Auto unterwegs bin, bin da, kann mir relativ. Ich frage mich noch nicht, ob ich da die Polizei anhalten werde auf dem Firmengelände. Das weiß ich nie, aber wenn ich das Ding nie habe und nie weiß, ob ich trauschen muss oder nicht, brauche ich vielleicht dann mehr Auto fahren und dadurch ist mein Job gefährdet. Jetzt Abend geht es ja auch teilweise. Weil wenn ich nichts mehr fahren kann, bin ich für den Job nicht mehr geeignet. Und dann gibt es noch einen anderen. Großer, vor Ort einen kleinen Brief, wie man es euch denn sagt. Für die spät ist nie. Es gibt immer Momente, wo ich den Job, den ich habe, auf der Lok nicht brüllen könnte. Aber die Momente gibt es in jedem Beruf, wo man dann irgendwann mal an dem Punkt ist, wo man sich fragt, was soll das hier? Aber das sind ganz seltene Momente. Im Großen kann ich mich mit dem Job zufrieden, den ich mache. Das soll ich mal an die Seile hängen, das zitiert einmal egal welcher Beruf man hat. Ob es ein logischer Traumberuf ist oder ob es mal in den Beruf reingerutscht ist, wo man Quereinsteiger ist. Diese Durchhänger hat man überall mal. Ich habe eine Hauptbeseitigung bei den Führerfernstädten. Die haben extrem Durchhänger oder das Anruf aufkommt so groß wegen dem lustigen Virus. dass da alle einfach vorher anrufen, ob überhaupt offen oder frei ist oder Termin sich geben lassen. Weil ich sehe es ja bei uns hier bei uns das Meldeamt. Die nehmen ja nur Leute dran mit Kamin. Muss man vorher anrufen und sich doch einen Termin vereinbaren, dass man dort überhaupt reinkommt. Im Moment irgendwo ist es verständlich, die wollen den Zustrom nicht so extrem haben. Dass die gute gerammelte Feuer ist, dass er so zum Transport wird. Dass doch jemand drunter ist, der ein Virus in sich trägt, aber sich selber noch keine Symptome festgestellt hat. Das ist ja das Heimticket an dem Ding. Man kann schon hochinfektiös sein, wenn man den Virus hat, aber man kann ja Symptome halt. So, machen wir hier mal weiter. Aber nicht reicht das? Also muss reichen. Da haben wir Abschluss nicht. Dann kriegst du jetzt irgendwie. So. 15% Trinker, 25% Satten. Du musst ja nicht reichen. Und warum ist das Feld nicht? Und da will ich ja nicht, dass die Führerscheinstelle das Außerhand hat, dass wenn du keinen ans Ohr kriegst, du kannst ja nicht mal einen Termin vereinbaren, wenn du ihn brauchst. Dann kannst du einfach mal so vorbeischneiden. Das würde mich dann schon extrem entmuffeln. Wenn das dann der Fall sein sollte. Aber denken uns mal nicht schlimm ist dabei. Wir haben abgeschlossen. Zack, kloppt zusammen. Und zack. 3.000€ verdienen. So, mal leeren. Ich sage es an dem. Niveau, wie wir es brauchen. Na ja, sagt gut, wenn es leer ist. Ich habe jetzt noch was, wo ich eine gute Sämisse habe. Ich möchte mich erst mal irgendwo parken, wo ich dann vor dem Weg stehe. Das machen wir hier von uns jetzt gut aus. Das machen wir uns jetzt mal vor der Gemeindehalle, was du hier bist. Hier gucken wir nochmal. Amten, Amten, Gruppen. Mal mit dem Teil. Mal mit dem Teil. Söndung kann ich nicht. Hier nochmal was sehen. Hier. Die erste auf der 155. Nehmen wir doch auch mal an. Holen aber erstmal schnell. Nachschub sagt gut. Gut. Jetzt fehlt hier wieder das Dingsbums. Das Polsi. Da könnte ich nämlich die Düngung ausschalten. Ja, schon bin ich erstmal satt. Ich brauche zwar weitig, aber schon. Ich bin erstmal nur mit satt. Blut auf. Nicht überhaupt richtig. Ist schon. Ne. Ich muss jetzt hier runter. Die ganze Zeit ist reingebogen. Ja. Dann müssen wir da runter. Ja. Ist aber richtig. So, wir kaufen erstmal die großen Bigpacks von jeder Sorte. Und bezahlen die falsche Abteilung hier ein. Kaufen wir einmal. Zwei mal. 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 Ah, hab ich schon mal gelernt Dinger mit. Was haben wir denn gesagt? Gut. So, da. Da ist überhaupt der Feld 155. 56, 55. Ok, das ist... Ist der 46 denn rum? Ich weiß, wo ich lang muss. So. So, vorher bis der 96 erst mal. Mach ich dich runter von der Straße, sonst kannst du mal sehen, du kommst mal nur in die Räder, das war nicht gut. Das wäre minimal suboptimal. So, es sind genug, manchmal genug überfahrene Tiere. So. 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 Hinten muss das irgendwo dann gleich weg reingehen. Und dann wärs das Feld dann gleich. Boah, ganz schön zikalen halt der Schlepper. Obwohl ich nicht grad ein kleiner ist. Muss ich sagen. Der Optim hat schon ordentlich Power. So, ja, hier. Jetzt haben wir nur 146. Und dann händen wir jetzt rein. Das ist ein Wirrwarr hier. Hier haben wir die Einfahrt zu rein gehen. Und dann noch 5 Puff pro Morgen hat man noch geerntet. Das war sogar, wo wir rüben drauf hatten. Wenn mich nicht alles täuscht. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Sagen wir mal so. Ja, das war schon mal. Dann fangen wir kurz da an. Ja, das war schon mal. Und dann fangen wir kurz auf. Ja, seh... Ich weiß auch nicht. cs drin, s so 0 versetzt drin, mach ich auch 0 versetzt 0 0 versetzt Oh, die Frucht steht nicht im Vertrag, Entschuldigung, was willst du hier haben, was wolltet ihr hier haben, Gerste machen, Gerste, aber der Korrigieren ist dann nicht so schlimm. Ich weiß, im grünen Bereich, Mensch Leute, bleibt geschmeidig. Zudreh, erholt. Nur noch ein Krach, klingt aus, dass wir gerade Fliesen machen. Das Langgradier ist ein Fliesen geschnitten und wir haben gebrochen. Aus dem Glück hört ihr das nie. Zählen ist Microsoft, dass da mal ab und zu ein paar Geräusche im Hintergrund mit Durchsträngen. Vom Großen und Ganzen bin ich froh, dass der Pegel nicht ausschlägt. Ah, das ist bei der Meinung, das fällt es, wir kommen nicht rum. Ich habe ja nur 2,50 Meter. Fertig! Oh, Rubio! Oh, Rubio! Und ab. Da kann man nur optimal, das muss ich nicht verschwenden. Und im Saatgut und Dünger. So, meine Reeds. Ja, wo kann man nur sich nehmen? Vielen Dank. 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 Ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.